Willkommen zurück bei Minecraft Sommerland, wo wir in der letzten Folge hier das Schiff etwas erweitert haben, mit der alten Truppe hier. Und wir haben uns jetzt diesmal für diese Folge überlegt, dass wir uns ein bisschen aufteilen, weil die letzte Folge war halt ein bisschen chaotisch. Ne? Ja, genau. Da war ein Dennis in mir. Das hört sich falsch an. Die Orks gehen jetzt mal wieder zu den Orks. Die Orks gehen zu den Orks. Die Orks gehen zu den Orks. Herr, Arbeit, Arbeit. Ja, Arbeit, Arbeit. Ja, genau, tut mal was hier. Die Peons. Klar, Warcraft, ja, ja. Ah, Mann, ey. Da, da, da. Ist doch die Logik in Person. Ich finde, der Tarros sollte uns mal ganz kurz was erklären. ist ihnen denn heute geht so fantastisch voll überzeugt und echt super machen wir den spitzen klasse berg weiter die häuptlings so unten wollt ihr das ausbauen also wir müssen das erst entfluten warte mal ich hau mir ein paar fakten rein damit man was sieht weil sonst wird das tierisch dunkel ist ja schon alles teilweise okay okay verstehst du das ausbauen also das wird das wird das schiff wird jetzt langsam wir uns jetzt auch ein bisschen besser koordiniert diese folge weil die letzten folgen waren so ein bisschen hallo drehmäßig aber ich glaube zum anpassen aus der baum bin ich noch ein bett der captain probie ja ich wusste nicht wo ich noch hin bauen soll auch noch ein bett und bau die tische lieber mit einem zaun und einer platte drauf zum beispiel teppich sie besser aus ja habe ich hinten so gemacht das muss immer sein dann ja die auf jeden fall knorkiger aus also kann ich ja das hier weg machen oder ich mache das schon okay ist ja dein captain ist und ein keller hoch kappen morgen das ist aber also das das hätte mir nicht passieren dürfen ich bin auch mal rüber zu den ort ist schau da mal mit gerade gleich mal ein bisschen rum hier autobest aber gemütlich tp benni schlei heißt der übrigens der benni schlei drei mikro typ die wurde zu bennig sein wie sieht es eigentlich bei den orks mittlerweile aus hier ja ich habe das auch noch nie gesehen warte mal gucken hier gibt es jetzt ein lavasee ja geil das wurde ja auch auf die kommentarisch geschrieben dass wir da auch brücken drüber bauen sollen und genauso aus dem stein und dann die häuser der orks da drin in diesem lavasee sieht hammer aus ja war auch eine ewig ankostende arbeit ja und wenn der dennis und der taros zum ersten mal da sind dann müssen wir auch machen wir eine kleine rumführung machen wo bist du denn aus tradition alleine wo ist denn der benjamin hier wo ist der benjamin ist der geladen ich weiß es nicht also die ist gerade noch so geladen ich mach mal eine neue rein jetzt wird es gleich laut jetzt wird es gleich extrem laut das ist immer tierisch komisch optimiert auch wenn man den sound runter gedreht hat aber das erkennt der irgendwie nicht aber dafür gibt es einen guten abflug gleich freunde in der kuh vulka mal wieder gehen wir mal runter da muss man ein screenshot davon machen da sieht es schon sehr krass aus wir können auch hier in den schalterraum kommen warum leben die orks denn ausgerechnet hier fanden die jetzt so schön hier am feuer also das war so zufall mehr oder weniger kuh vulka kuh vulka ok ich leg den schalter um warte mal von dem hinteren oder von dem vorderen wo muss ich hin sind beide gleich an nehme ich einfach in der mitte ich nehme ich einfach in der mitte übrigens waren auch leuchtet es leuchtet es leuchtet es leuchtet äh was jaaa über die wolken oh alter was ist das denn für eine maschine warte mal spaß die haben wir übrigens auch in der firma für alle mitarbeiter die nicht mehr bei uns länger bleiben ja die werden gefeiert ja und der benny hat die maschine der betätigt die maschine immer ja boah alter wie hab ich du ey da kann man auch jede freundin loswerden alter das geht so ab ja kann man schön trampeln kuh vulka feier ich die gute maschine geworden ja ne die ist echt nice wie heißen aber die anderen sind vulka und vulkun vulkun es gibt noch ne es gibt noch ne maschine oder was eigentlich muss man da mal ein schild hin machen dass das kuh vulka und vulkun heißt ja ein riesiges vielleicht machen wir das bei den orcs so dass das u als ü geschrieben wird und das o als ö weißt du ist ja könnte man dann sieht es eher aus wie ne oh gott was ist denn hier ja genau der und ist voller kuhhaufen was geht denn da würde man nicht viel gesprochen warum werden die denn nicht hochgeschossen das dynamit ist halt ja mit ist leer voll viele kür oh und das habe ich sonst nur mit lehrer in der schule gehabt wow iiii ich glaube es hat gesagt er war ein bisschen zu hoch denn ist keine runde mehr ja der witz war zu intelligent ne Tobi 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 steck mich so ey leute jetzt lasst uns ja nicht wieder so viel scheiß machen lass uns was bauen ja hocksiedlung wird folgendes gebaut gerade was woran arbeitet ihr jetzt wir wollten jetzt so ein Häuptlingslager bauen da wo der Häuptling residiert und zwar da oben auf diesem Hügel wo wir gerade angefangen haben ah das hat ja den Benni letztens schon erzählt du bist mit Badrock den Grundstein zu legen Badrock finde ich cool das rockt alter oh god oh god ne das rockt ne Saratlan da muss ich auch mal schauen wem ich jetzt weiter helfe das Schiff ist ja jetzt eigentlich ziemlich weit beendet da baut wer baut da jetzt noch den Innenraum aus der Tobi macht den hab ich schon gemacht mit dem Taro aus dem Tobi ja auch hab ich schon das ist aber nicht similatrisch was du da machst der Taro ist ein alter Hase wie komm ich denn jetzt hier wieder nach hause ich fühl mich hier als Pirat gerade nicht so wohl ach der Taro ist ja gar nicht im Pirat als Typ mit offenem Mund komm ich hier nach hause willst du nach hause fliegen ja soll ich dich nach hause bringen Tobi ja bitte komm steig doch ein zeig dir meinen Kuschelbären immer diese blöden Nachlademechanismen hier das eigentlich muss man quasi fast jede Aufnahme die Welt irgendwie neu reinladen lassen ne ja eigentlich schon ja wobei bei mir geht das eigentlich weil man fliegt nah drüber ja wenn man nah drüber fliegt geht's ich bin eigentlich ganz froh mal nicht den Zwang zu haben symmetrisch zu bauen hat man sonst echt immer eigentlich bei den Orks das ist scheißegal ach hier war doch diese Eis krass ja ich erinnere mich dunkel fliegen wir hier richtig? ja ja aber das ist eigentlich ziemlich geil ah ok wie krass das aussieht der Turm da vorne boah hier sind ja auch voll die Einbuchtung ne der Zwergenturm ist schon echt cool vielleicht will Sascha ja mal kurz in seine Miene gucken natürlich viel verändert ja gibt's ja das neu zu zeigen Sascha ne aber der Tobi hat den Stein wieder weggemacht Moment das muss ich mir eben ansehen also da müssen wir nochmal drauf eingehen natürlich den Stein den grünten ne hier Doppelstein weggemacht schon wieder sorry wie unschuldig er da so paar Stufen weiter oben steht weißt du also ich hab nichts damit zu tun aber ich finde das hast du echt geil ausgehöhlt ja da war auch viel TNT Arbeit ne da hab ich mit dem Sascha das hier auch mitgemacht kann ich mir vorstellen krass geil finde ich ja da hinten so eine Fackel oder so da bin da wieder sein Noma wohl hier so Jugend von heute Jugend von heute einfach nur eine Fackel also ein so Ding sieht irgendwie geil aus wir müssen halt noch Treppenstufen rein aber gut ähm ich würde sagen wir können ich kann dir auch helfen bei der Zwergensiedlung Taros ne Runde wenn du magst wir gucken jetzt erstmal noch bei den Piraten weiter wie es da aussieht waren wir doch vorhin schon damals noch Potte kommen ja ich glaube bei den Piraten könnten wir auch noch einiges machen ne das Schiff ist jetzt eigentlich mit der Bucht finde ich schon ziemlich geil die Bar könnte man da noch ein bisschen ausbauen hier müssen wir noch den ganzen Fluss weghauen ich hatte die Bar ja schon ausbauen aber das würde auch nee nee war nicht recht war nicht recht war nicht recht da muss die ganzen Mauern noch drumrum bauen ne genau da muss dann die Piratenflagge hin wie kommt man denn ins Schiff rein Sascha hier unten durch unten hier hier ist eine Leiter am ersten Masten gibt es nicht diesen einen Film cool hier müssen wir Fackeln aufhängen sonst sieht man wieder nichts mehr das ist ein Stück dunkel hier ja ja schwule Piraten in einem Film ja der Sternwanderer oder so hoch alles noch ein bisschen synchron setzen ja da ist der eine die ist super für den schwulen Pirat ich glaube der war auch ganz cool der Film von einem schwulen Piraten ja der war cool war ein zufluchter Karibik nee Sternwanderer Sternwanderer der spielt kenn ich gar nicht welcher Schauspieler spielt denn da denn denn nochmal irgendein ganz bekannter Schauspieler oh hm schreibt es in die Kommentare wenn du es willst es reicht eigentlich schon ein Fackeln oder? dumm soll auch ein bisschen düster bleiben ne ja übergeil aussehen wenn du von unten hier so die Leiter hoch gehst und die Decke alter sieht mega geil aus ja auf jeden Fall bin ich ja schon mal glücklich dass der Tiefgang reicht für einen weiteren Lagerraum quasi ich weiß gerade ob man da der Lager oder ob man da Bett rein macht wollte ich gerade fragen wo schlafen denn wo schlafen denn vielleicht machst du vorne und hinten und denk dran den Leuten auch Namen zu geben die da wohnen ja das auf jeden Fall das muss ich noch machen auf jeden Fall ja der Kapitän aber das ist ja einer der Laies aber trotzdem bitte genügend auch die ganze würde ich würde ich so machen dass man dass man den Lagerraum vorne hat weil wäre Quatsch wenn man die ganze Ladung immer an die Betten vorbei bringen müsste mhm da haste recht das klingt logisch deswegen würde ich den Lagerraum hier vorne machen müsste man ein paar Fenster hier unten einbringen geil wäre ein Netz so ein Netz umbauen weißt du ja Netz Netz ich bin im Basketballteam oh nicht die Metz du aber er kennt die Metz er kennt die Neu ah ja klar ist ja LA New York ist das Schnee oder ist das Wolle ne das ist Teppich da kann man hier drauf schlafen Lobby ja cool ja man könnte ja vielleicht irgendwie noch so Moment nicht irgendwie so Abschirmungen machen oh wie schön ja wollte ich damit jeder so sein eigenes Ding hat ja YouTube praktisch ne aber wo willst du das Lager jetzt vorne dann einfach das sieht doch schön gemütlich aus hier in der Mitte machen wir noch einen kleinen Table Dance Bar mach mal bei jedem so ne Fackel oben hin ja hm die Totenkopf Flagge wird gar nicht leicht das sieht scheiße aus natürlich ne die musst du ganz schön groß machen wahrscheinlich ne das ist nicht zu hell ist ja ich meine schon mal vor du pennst jetzt hier ja und hast du so ne Fackel ich finde so sieht es eigentlich cooler aus oder ja dann mach so wie du willst mach wie du willst du sag mal was der ist böse der Mann ich hab hier ein Fenster reingemacht Sascha ey hier soll das Lager hinkommen oder was Deines Lager ne oder man splittet das hier hinten vielleicht 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 nochmal ey das muss mehr im Evil sein was ihr macht jetzt ne Sauna ne Sauna nein das sieht hier ein bisschen so aus hier hinten wir haben schon ein paar Handtücher hier hinten dran ja wir hätten dir die Flagge aber auch da lassen können ja genau die Flagge gibt es aber wir machen jetzt ne Piratensauna das ist mir so beschissen das sieht aus wie so ein Smiley die Flagge hier wie lächerlich ich bin glücklich Happy Pirates ja wie heißt denn die Piraten denn die hier leben haben die einen speziellen Namen das wird zu klein für die Piraten ja ey das wird aber leider zu klein für die Piratenflagge Freunde da ruhig Porno Eric da hinten die Ecke das ist da passt keiner hin Tobi Tobi was was denn hmm da steht ein Schild Tobi an einer Bar ja jetzt sind die runter das ist einfach so ein Loch ah hier muss noch viel getan werden ach krass und das war der eigene Heimgang ich erinnere mich dunkel sorry ich musste kurz das Handeln machen ja ich muss nach vorne weg damit ich den Weg da raus nicht bin aber nicht so hoch zieh wer möchte denn was extra zu trinken hier den verarsch ich jetzt den Sack hier ich will was trinken bitte was möchten sie denn haben hmmm was haben die denn hmmm wir haben in letzter Zeit viel Wasser im Eingrott ja das sieht ganz cool aus eigentlich hmmm ich hab da hier oben vorhin noch einen Ausgang gesehen warte mal da hab ich auch noch eine Idee ja jetzt haben wir hier wohl eine Druckplatte wäre vielleicht sogar passender ja mal wenn das klappt ne ich wollte das jetzt so als Tresen machen ne als Tresen ja ne ich glaub nicht das ich glaub nicht das so mal hab ihr meinen Teppich weggemacht guck mal dein Teppich hast du den braunen Teppich da drauf guck mal guck mal guck mal so Ja, das ist ganz geil. Ja, das ist ganz geil. Ja, das ist ganz geil. Was gibt's denn für Getränke aus? Stell dich mal dahinter. Mach doch mal ein Schild, was es für Getränke gibt. Ja, ich bin da oben. Appletini. Wer war das? Wer hat Tobis Liebeschuppen weggemacht? Ja, die müssen ja, was haben Piraten rum, natürlich. Und Grock. 1,50. Goldmilzen. Goldmilzen. Taler, Taler. Taler, Taler, Maler. Guck da oben. So ungefähr. Das muss da bleiben. Bubis Liebeschuppen hier, guck mal. Bubis Liebeschuppen heißt es jetzt. Na, das ist doch kein Namen für Piraten. Was? Ihr verarscht uns, oder? Was denn? Wir haben wahrscheinlich schon zwei Saunen dahin gebaut. Ja, genau. Ja, ganz ehrlich. Zwei Taler rum, drei Taler, was gibt's denn noch? So, wo kommt die Stereoanlage hin? Pfeife. Eine Pfeife. Eine Pfeife kannst du wohl bei den Piraten. Ich weiß ja nicht, Hacksteak, das hat man doch gegessen. Hacksteak? Ja, nee. Ich mein, der Dennis braucht ja grad schon ein Pfeife. Gibt's die da auch. Haltet ihr von dem Angebot da oben? Ach, da schreib ich sechs Euro hin, alter. WTF. Sechs Euro. Döner, drei Taler. Döner, da kommt ein Absatz zwischen. Boah. Schmicky. Prentiss, was machst du hier? Pflänkisch. Oder ist es halt ein Käfig für irgendwas, ne? Ja, könnte man auch. Käfig? Was ist da los bei euch da drüben? Ja, die schwulen Orks sind hier. Das ist doch super so. Fleischkeule finde ich super. Ja, wir könnten hier aber echt so ein kleines Wienergefängnis einbauen. Das kann man auch zweideutig verstehen, so Fleischkeule. Ein Käfig ist eine gute Idee, finde ich. Hier so, ne? Hab ich auch schon gedacht. Ein Käfig für die Gefangenen, ne? Genau. Warte, ich hätte sogar sogar was aus, was man das bauen kann. Warte, ich hätte sogar was aus, was man das bauen kann. Ja, ja, diese Gitterstäbe. Ja, ja, stimmt schon. Geht das alles? Ja, aber was da? Mach oben lieber Holz mal einmal. Mach mal, mach mal. Ich berühde das mal. Und chill. Aber das ist die Unsermöglichkeit, oder? Ist egal. Wollen wir nicht immer alles perfekt sein? Wollen wir nicht viel lieber hier einen Berg reinbauen? Dann so, oder was? Also sonst haben wir jetzt nicht mehr in die Platz, oder? Weiß nicht, finde ich eigentlich ganz cool. Aber wir können es natürlich noch in den Berg reinbauen, hier so. Das kann ja so... Ja, ein bisschen weiter, sonst hat mir hier so wenig Platz drin. Ja, das sind Gefangene. Meinst du, die sollen da ein Luxushotel wie Uli Hoeneß haben, oder was? Nein, aber... Platzmäßig für die, die draußen sind. Der Taros hat ein Herz für Gefangene. Nicht nur für Gefangene. Das liegt an seiner Familie, weißt du? Standard. Und... Hier kommt noch so ein Slat-Kopf rein. Die Toten. Man scherzt Sascha. Ich hab mich jetzt nicht gewissen, Sascha. Tut mir leid, Sascha. Hast du gesagt? Was hast du gesagt? Wo hat das denn einen Eingang hier? Ja, noch keinen. Da können wir ja reinmachen dann. Jederzeit. Wo das denn jetzt damit verbinden ist halt. Bubi. Was denn? Können wir das denn... Korinthenkacke. Guck mal. Doch erstmal hier am Boden und dann ist fertig. So. Ja, genau. Mann, Dennis. Irgendwo dann hier so eine Lücke rein, ne? Hier so ein Stabilisator. Hm. Die kommen dann durch. Die sieht scheiße aus irgendwie. Ich müsste irgendwie einer sein, der voll abgefuckt aussieht. So, mal... Fragen wir mal die Emma. Wir müssen mal hier zumachen. Müssen wir... Sorry. Warte. Da muss noch ein Stein hin irgendwie. Bei den Piraten, ihr müsst einfach irgendwo so ein ganz großes... Kennen wir ja gar nicht den Befehl. Und du, die sind noch rein. Achso, Leute, das ist nicht witzig. Nicht witzig. Warte, mach schnell. Gib mal den Befehl ein, dass der Dennis nichts mehr zerstören kann. Oh, ich kenn den leider nicht. Achso, so einer bist du, Sarazak. So einer bist du. Wenn der Dennis immer wieder bei seinen Folgen im Knast. Der mich bei der sie schon mal gefesselt hat, weißt du? Tobi, was machst du da? Ich hab doch noch nicht du drin. Oh. Hallo Tobi. Warte, ich hab den Befehl. Guck mal hier, Tobi. Tobi, guck mal. Tobi, guck mal. Wird hier aber noch so ein Loch einmachen. Du dreckiger Pirat. Bleib da drin, wo du bist. Dreck hier grad was durch, Tobi. Siehst du die Gitterstäbe. Tobi, ich hab Familie. Das interessiert mich nicht. Edward Kenway. Oh Gott. So. Jetzt wollen wir hier aber eine Tür. Und da gibt's keine Gittertür. Nee, leider nicht. Tobi, guck mal hier. Einen Glory Hole. Ich hatte... Ah, die Eisentür ist super. Tobi. Warte? Kommt sofort. Aber die Bombscheide. Passt. Also die Tür... Sag mal Dennis. Stimmt. Ich hab dich Glory Hole gebaut. Ja, das funktioniert nicht. Wir könnten... Jetzt bau das zu. Wir könnten auch einen Turm rausmachen. Wir müssen ja erst mal den Dennis muss da wieder rauskommen. Mach wieder nur Quatsch. Turm. So. Ich wollte den Tobi aus dem Gefängnis holen. Wollen wir jetzt einen Turm drauf machen? Okay, pass auf. Wir können zum Beispiel hier jetzt eine Tür reinbauen. Dann müssen wir die mit Schalter machen. Zumindest der hoch. Und dann kann man ja oben noch... Aber der... Von der anderen Seite. Dann müssen wir einmal steigen. Aber der übersteigt dann funktionieren. Weil das noch Heiflinger sind, wisst ihr? Komisch. Aber ist egal. Weil wir können... Was ist denn mit Steinen? Den wir mal vor hatten. Den rissigen Stein. Sieger würde ich nehmen. Hier, guck mal. Ja. Dann am besten. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Stopp. 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 Du hast den kleinig kaputt machen. Sonst kommen diese Viecher. Du hast den mit Dings genommen. Mit Silberfischen. Und dann hier rauskommt so. Riesen. Das würde, glaube ich, ganz schön. Guck mal hier. Wir haben Bewohner hier. Wir laufen so Ratten rum. Obwohl das hat eigentlich... Das ist Silberfische. Wir sind ja aus wie Ratten, Mann. Dann brauchen wir so eine Ratte. So. Dann brauchen wir hier zu. Weil dann kommt man nur durch... Dann kommt man nur von der einen Seite. Mach mal zu. Mach mal zu. Lass mich raus. Hier kann man Essensdurchgabe machen. Hier ist es tatsächlich nicht zu. Knack hier rein. Aber ansonsten, ich weiß nicht. Nur so ein Tor nach oben? Das ist hier mal zu. Du kriegst es hier nicht zu. Du kriegst es hier nicht zu. Wir können hier auch Steine halten. Du musst es mit Steinen machen. Du musst es mit Steinen machen. Sonst weil das sind nur Halbdinger. Findest du aber auch nicht so schlecht als Häuptlingsbau. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Gefängnis? Oder? Ja, cool. Die Tür muss woanders sein. Auf der anderen Seite. Machen wir vielleicht nochmal in die Zwischenzeit. So einen anderen Stein rein noch. Damit da ein bisschen mehr Detail herrscht. Also ich wollte die Tür aufmachen. Die habe ich dann weggehauen. Kann die jemanden immer hinbauen? Kannst du selber nennen? Du kriegst das Sinn. Du bist nicht komplett unfähig. Du schaffst das schon. Nicht komplett unfähig? Ich will nicht hetzen, aber... Oh. Sehr gut, Dennis. Sehr gut. Juhu, ich bin stolz auf dich. Ja, sehr gut. Aber man muss auf die andere Seite tun. Komm, lass das lieber mit dem Hebel regeln. Komm, lass das mit dem Hebel regeln. Sinnvoller. Ja. Im Hebel, wie er das steht. Hier an der Seilhebel. Mit Karmnebel. Und jetzt hier. Danke. So sinnvoll. Jetzt haben wir hier so einen schönen. Und das sieht gut aus mit dem grünen Stein. Aber ich finde, das sieht gut aus. Ja, ja. Das sieht gut aus. Das sieht ganz cool aus, ne? Aber ich würde ihn dann hier oben doch auch machen. So. Oder wir können auch das Dach zum Beispiel auch mit den rissigen Steinen machen. Anstatt Holz. Obwohl, eigentlich geht das auch so, ne? Ja, ich finde, das sieht aus. Das sieht aus. Kannst du da mal ne Fackel reinballern, Taros? Ja, Moment. Gut, gut. Baller mal ne Fackel rein, Mann. Taros heißt übrigens Sascha, falls ihr euch wundert. Und der Erik ist nicht der Erik, nicht der Gronk Erik, aber ein anderer Erik. Was? Nicht? Wer das jetzt nicht gemerkt hätte, ne? Ne, vielleicht hat das jemand. Also es gibt Sicherheit, Leute. Die haben es nicht gemerkt. So. Wir haben da nicht alle vorhin geschaut und reden über Erik. Tobi, ich wollte mal fragen, ähm. Hi. Ich habe da drin mal ne Schüssel verloren. Kannst du mal ganz kurz nachgucken gehen? Ja, genau. Warte, ich guck nach. Mit deiner Pimmelwarten ein bisschen gefängnis? Alter, an deiner Reichweite bücke ich mich nicht mehr, aber der Taros macht das. Ey. Oh. Sascha, Sascha. Sascha ist immer los. Das war einfach nett und ihr habt den eingesperrt. Sascha, einmal bitte die Hände zeigen, Sascha. Nö. Alter, baut der Sascha hier einfach alles kaputt. Das gehe ich sagen, Mama, das gehe ich sagen. Boah, jetzt kriegt man das hier voll schlecht wieder hin. Was könnt ihr denn? Geht doch mal aus dem Bild, alter. Also warte, ich gehe das jetzt aus dem Bild. Ja, hab ich wirklich koordiniert. Ich gehe echt mal aus dem Bild. Ich gehe mal aus dem Bild. Ich gehe mal hier und stehe hier schon mal ein paar Betten in die Schatzkur. Das sind alle, die mich jetzt haten wegen Minecraft. Es tut mir leid, ich mache nur ein bisschen Spaß. Aber wir haben schon Betten reingetan. Ich bin jetzt geliebt. Super, das sieht gut aus. Da sollte man nur noch so eine kleine Treppe vielleicht einbinden, damit man auch gut hochkommt. Hast du so mit dem Rücken? Weißt du, so, guck mal, hier ist sowas. Eigentlich eine gute Idee. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Ja. Aber dann würde ich die zweimal machen, oder? Also zweimal. Und da können wir noch eine Truhe davor stellen. Immer vor jedem. Ah, stimmt. Ja, genau. Direkt daneben so. Willst du es nicht lieber so machen? Guck mal, willst du es nicht lieber so machen? Äh, falsch. Aber so? Nee. So ist doch perfekt. So ist doch geil. Guck mal, so kannst du. Alter. Nee, das ist ein anderes Holz. Nee, ich meine, warum stell dir eine Truhe jetzt an? Du kannst dich da voll hinlegen, hier. Guck mal, hier. Äh. Hihihi. Wie du uns jetzt auf dem Pott musst. Oh. Apropos. Hat das Schiff ein Badezimmer? Nee, ne? Die kacken einfach ein Eimer und ab. Schmeiß dich mit Scheiße. Hier, hier. Aber dann sollten wir ein paar Eimer hier auch aufstellen. Soll ich die Teile auch wichtig. Aber einmal kann man ja nicht hinstellen, ne? Konnte man doch früher mal. Aber dann würde ich so ein Plumpsklo machen, oder so. Warte, 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 warte. Ich hab ne Idee, ich hab ne Idee. Warte mal. Oh mein Gott. Nee, konnte ich hinstellen, stimmt. Es gibt halt nur diese, diese... Habe ich mich damals schon drüber aufgeregt. Hier. Das ist der Plumpsklo hier, für euch. Warte, warte, ist noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig. Nee, das ist noch nicht fertig. Warte, 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 warte. Es ist noch nicht fertig. In Schützen haben die auch keine Plumpsklos. Ah, kacke. Ich dachte, das kann man so drüber. So, kacke. Nee, wär ja auch voll die Platzverschwendung dann. Nee, ist echt sinnlos. Hier sowas. Ja, geil. Warte, ich... Boah, ding. Ja, was hier? Ja, was hier? Zu reichen. Hä? Also wenn ich auf Toilette gehe, ne? Wir legen dir noch ein paar Bücherregale rein. Wenn ich auf Toilette gehe, kommt folgendes immer raus. Guck, kommt folgendes immer raus. Nein. Dennis. Nein. Ich wollte eine Blume bauen, aber es geht nicht. Da hier. Wir lesen. Ja. Beim Sarazar kommt immer sowas raus hier. Pass auf. Tut mir leid, weil ich höre jetzt auf. So, ich... Ich tun die Truhen mal irgendwelche Sachen rein. Hier oben sind die Bücherregale hin. Hier so? Du siehst du doch so den Kopf? Die Tür geht automatisch auf. Weiß es nicht. Bitte? Ist das so geplant? Ich würde die vielleicht hier inbauen, Tobi. Guck mal. Hier. Oder wenn du machst die hier weg, brauchst du die dazwischen. Da? Hm. Ich weiß nicht, ob das dann zu viel wird. Guck mal, wie ist das mit den Bücherregalen hier hinten? Das ist doch eigentlich ganz cool. Aber die sind auch noch welche. Ja, die hinten da war so ein... Die hier nicht. Das kann man gut ausführen. Ne, da machen die hier wieder weg, Tobi. So, oder? Da kann man auch schön hier... Aber weißt du, was hier fehlt bei dem Schiff? Kanonen fehlen beim Piratenschiff und solche Löcher, wo man durchgucken kann. Äh, die Bullenaugen, heißen die, oder? Genau. Bullaugen. Nicht Bullenaugen. Stimmt. Wiu, 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 wiu. Boah, das ist auch krass, wie viele Sirenen man hier hört. Da denke ich auch immer, alter Schwede, ey. Zog ich grad GTA, oder ist das wirklich... Ey, wir müssen eh ne Pause machen für die Folge, fällt mir grad auf. What? Bitter, bist du, bist du, bist du, bist du, bist du... Bitter, bist du, bist du, bitte... Ja, ist so, ist schon wieder soweit. Och, spiel ich bitte, bist du, bist du... Ist schon wieder soweit, Freunde. Und nächste Folge bauen wir dann noch was anderes, opened? Ich glaub das Piratenschiff wird langsam fertig, das vollenden wir jetzt hier noch schnell, und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Episode von Let's Play Minecraft Sommerland. Hallö. Macht's gut. Tschüss. Wieder.